Ich steh mit Nutten am Pool Was bitte was, willst du Hurensohn, tu? Jam ist der Boss und zerfickt jede Crew, du Bastard Wacht die Musik aus, es ist mitten in der Nacht! Jam muss packen! Fährst du weg? Oh Gott, Mama, du nimmst jetzt nicht die Penistasche. Dieses Jahr kommen die großen Ferien im März. Das ist doch die Schlampe, die mir die Mittelferier gezeigt hat. Nämlich noch einmal Schlampe, sonst kriegst du von mir persönlich einen Abschiebestempel und zwar zwischen deinen Beinen. Alter, was hast du gerade gesagt, du Flamingo? Konstantin Film lädt ein zu purer Erholung im Paradies. Sie haben unsere Kinder gefunden. Wirklich? Wo sind sie? Allein. Gestrandet. Sei stark, Lena. Du bist die Einzige mit Abitur. Knüpfen sie neue Urlaubsbekanntschaften. Stützt man einmal auf einer einsamen Insel ab und keine geile Frau dabei. Und genießen sie die Schönheit der Natur. Jason, hi! In der Frauen ihre Gefühle entdecken. Hast du mich beobachtet oder was? Ja, genau. Und Männer zu Helden werden. Ist das überhaupt gefährlich? Wieso nicht wissen, ob das gefährlich ist? Habe ich Meeresbiologie studiert oder was? Ja Cem, studieren sehe ich jetzt nicht so bei dir. Genießen sie unsere Luxushotels. Hoffentlich bin ich morgen früh noch Jungfrau. Und die unzähligen kulturellen Angebote. Scheiße, das sind Kannibalen. In einem Film für die ganze Familie. Mit Tipps für die erste Liebe. Und für die späte Liebe. Süß, ne? Der Anna-Montana-Bikini war in der Wäsche oder was? Die coolste Patchwork-Familie Deutschlands kommt ins Kino. Höher. Schneller. Und breiter. Du kannst so gut küssen. Das ist meine Nase. Hm? Türkisch für Anfänger. Der Film.